Nein! Verflixt viele Rebellen hier! Keine... Keine Muni! Verdammt, wo sind die hin? Das war zu leicht, Vorsicht! Wie klar! Oh! Mit eingebautem Granatenwerfer! Die gibt sich zum Nest! Verdammte Scheisse! Los, los, los! Ein verdammter Hinterhalt! In Deckung! Feind bewegt sich! Nein! Verdammte Kacke! Oh! Feinden mit Schraubflinte unterwegs! Passt auf! 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 Wenn wir gerade wollen! Ach, du Kacke! Kontrollpunkt erreicht. Kapitel 3, ganz unten. Keine Muni! Sieht jemand, wo es rausgeht? Ähm, nee. Wo ist ein Ausgang? Ja! Wo kommen Sie? Sie sind nervös! Fallen am Boden! Sie kreieren sich auf den Boden ab! Sie sind auf! Sie sind auf! Sie sind auf! Sie sind auf! Stand da, hoch! Sie sind auf! Ich drüben! Ja, da steht's, Munition ist hier. Dann setzen wir fest. Wie die Maus in der Fahne. Feind gesichtet, Feuer auf Befehl. Hey, die leben noch immer! Lade nach, seid wachsam! Da kommt Ziel! Lugo! Feuer nach! Verstanden Sie! Ziel am Boden! Feind, linke Seite! Sie kommen die Trette runter! Tango neutralisiert! Wir werden überrannt! Grenzen zurück! Hier kann ich noch mit auf! Die seilen sich auf die Bühne ab! Ja, die Kalle hat einfach nicht auf! Schieß weiter! Garnate! Jetzt pass mal gut auf! Bewegt sich! Okay, Ziel ist ausgeschaltet! Siehst du sie? Die Dichter wollen uns dauernd flankieren! Garnate! Lugo! Adios! Was ist das? Ich muss ihn aber nicht geschehen, ja! Garnate! Tango! Verdrohung eliminiert! Wir werden übernommen! Trink sie zu uns! Lass! Nein! Tango erledigt! Ja! Ja! Nein! Ich habe doch Leertaste gedrückt! Mann! Die mit ihren scheiß Granaten! Dann setzen wir fest! Wie die Maus in der Falle! Feind gesichtet! Voll auf Befehl! Hey! Sie leben noch immer! Wer denn sie bleibt? Lugo! Jetzt pass mal Lugo! Schau! 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 Okay, Ziel ist ausgeschaltet! Feind gesichtet! Feind gesichtet! Schau! Er ist gleich mal vor! Sie kommt jetzt herunter! Feind gesichtet! Wir werden überrascht! Musik an der Ziel! Jetzt pass mal gut! Wow! Ah, das heißt hier. Das heißt hier! Abil, Feind, Deckung! Tango bei der Dachluke, Feuer konzentrieren! Feind ausgeschaltet! Gib mir Deckung, ich lade nach! Abil! Kontrollpunkt erreicht. Geben Sie auf? Glaube ich nicht. Hör mal. Da oben läuft irgendwas. Die Werbung sind hier! Adams, die Tür! Los! Scheiße, Morca, hier geht alles hoch! Verdammt, los, los, los! Wow! Ich schätze, das war's. Gut, weiter. Hat auch gerade mal geruckelt. Scheiße! Okay. Ein Tischrennen. So fast. Wo sind wir denn hier gelandet? Hä? Hat noch jemand, wir sollten noch mal mit denen reden. Ich meine, wir sind hier, um die zu retten. Mann, das ist doch längst gegessen. Die Typen wollen nicht reden, die wollen Blut sehen. Lugo hat recht. Wir können nur hier abhauen und die 33. suchen, bevor die Kerle sie zerfetzen. Okay, erst schießen, dann fragen. Klar. Finden wir Conrad, er hat die Antworten. In alten Horrorfilmen nehmen sie Silber, um das Monster zu killen. Flöcke, Kreuze, Kugeln. Egal. Hauptsache Silber. In Dubai nimmt der Feind Silberkugeln, um Soldaten zu killen. Hier sind wir, die Monster. Die schmelzen anscheinend alles ein, was sie in die Finger kriegen. Manschettenknöpfe, Schmuck, Besteck. Pure Verzweiflung, aber clever. In Dubai ist eine Kugel mehr wert als ein Collier. Fast schon komisch eigentlich. Okay, eine... Geheimeinfo. Okay. Okay. Er redet nicht, Sir. Mit mir schon. Walker, das war ein Amerikaner. Ja, hab's bemerkt. Okay. Wieso lassen sich die Allheimischen von dem Ami was sagen? Und was will er von der 33. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Frage ihn doch selbst. Sie leben noch. Macht sie fertig. Schuss mit dem Anmarsch. Abmacht er niemals seine Ruhe. Vorragiges Ziel. Legt ihn um. Den kann er auch alleine. Ich bin unterwegs. Mach das Dachplatz. Wir kriegen ihn über das Dach. Gerade da, fäng dich. Schalte doch mal ein bisschen aufs Talbe. Denn hier sind die Kugeln, die wir vorher geleert haben. Ja, genau. Wie viele denn? Der Granate schmeißen kann nicht. Oh. Einer weniger. Sackgasse. Schieß das Glas raus. Verdammte Scheiße sind das viele. Sie bewegen sich. Walker, wir brauchen ein Klapp. Verdammte, ein Anmarsch. Wir müssen den nicht aufnehmen. Wir brauchen ein Klapp. Ja, für die Klapp. Okay. Einer weniger! Ziel am Boden! Lade nach! Gib mir den Tag! Halt, drückt vor! Augen auf! Da kommt eine Schrotflitte! Wo? Zengo, neutralisieren! Der kommt nicht mehr! Ach komm, halt, weil die schnauze davon. Der Gegner ist tot! Ruck raus! Alle nach draußen! Bei dem Sturm hört man keine Befehle, also pass auf dich auf! Okay, jeder sucht sich seine Ziele selbst, klar. Okay, sie müssen hier weg! Raus hier! Der Sturm gibt uns Deckung! Nein, ich wollte doch in Deckung! Mann! Kacke! Hört ihr das? Da kommt wer! Schnell, versteckt euch! Ihr werft tief! Kontakt! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Er ist ungedeckt! Zengo, er in ist! Lade nach! Okay! Ja, ich muss denn noch kurz! Auf dem Dach! Wacht das Dach, Patsch! Achtet auf das Dach! Zengo, es ist über uns! Gehen raus! Gut, wieder in Ordnung! Wende! Wende! Wende!